Hi, ich bin Juli und ich arbeite für UCM als Promoterin. Als Promoter ist es wichtig, dass du ein offener Mensch bist, dass du kein Problem damit hast, auf Leute zuzugehen und sie auch davon, von der Idee, die du vermitteln sollst oder von dem Produkt, was du promoten sollst, zu überzeugen. Es gibt auch Leute von überall her, es ist öfter auch mal international so das Team. Eigentlich alle sind halt in deinem Alter. Wenn du Lust hast auf einen abwechslungsreichen und aufregenden Job, bei dem du dir deine Zeit selbst einteilen kannst, dann solltest du zu UCM. Abwechslung